Musik Lavi! 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 Lavi, Lavi! 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 Ruft ich euch zu, ihr liebe Leute, dass ihr heute da seid, macht uns Riesenfreud. So närrisch seid ihr alle dahergekommen. Drum gilt euch ein herzliches Willkommen. Im Fernsehen, das ist bald jeden Tag, dass überhaupt noch jemand Fasnet sehe mag. Aber bei uns, da Strikes Thanks, handgemacht. Hier werden auch noch über Fehler gelacht. Das ist live, in Farbe und wirklich echt. Hier wird nichts nachbearbeitet. Was ist passiert im letzten Jahr? Oder blieb alles beim Alter gar? Ihr werdet hören, wartet ab. Die Akteure, die sind heute echt auf Zack. Mir, wenn's wissen, so ist das Motto hier im Ort, das wird spitze, da braucht ihr it fort. Die Akteure kommen gleich hier raus, drum seid ja halt geizig mit eurem Applaus. All die Nahe sind bereit und freuen sich auf närrische Zeit. Seit Woche sind sie schon am Macher, ja, die Lande sind in der Probe, richtig krache. Musikalisch, ja, der kann's, die Originalaussteiger unter der Leitung vom Seiler Hans. So, jetzt grüße ich noch ganz kurz in die Runde und dann halte ich meinen Mund. Die Presse, das ist klar hier, die wird morgen zeigen, wie toll es hier war. Ja, und alle, die uns wohlgesonnen, die Förderer und Sponsoren, ja, ohne euch, das ist klar, ist so eine Phase nicht mehr machbar. Drum gilt der Dank euch allen, bei dem Programm wird jedem was gefallen. Auch alle, die ich jetzt nicht erwähnte, sind herzlich hier willkommen. Und jetzt ist Zeit, jetzt wird ein Programm begonnen. Und Bühne frei und unbeschwert, jetzt beginnt's, 64. Gerstensack-Konzert. Nein! 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 Ja, das hätte ja geheißen, wir grillen die Hütte, oder? Na ja, jetzt muss ich mal checko, wie ich überhaupt alles habe. Also Grillzangen habe ich schon mal. Holzkohle, guckt doch mal alle in den Geldbeutel. Hätten doch genug Kohle, oder? Dann ist gut. Die Würste, wenn ich da so gucke, hätte es ein paar da, ist gut. Na ja, aber wie fängt man denn beim Grillen an? Normal fängt man immer mit was Kleinem an. Also so, ja, Nürnbergerli, oder? Und ich würd sagen, jetzt legen wir mal ein paar auf den Grill. Weil jetzt kommen die Ersten rüber, kommen die Narrenkitz, und mit denen wünsche ich euch jetzt viel Spass. Also, bis nachher, ciao! Es war einmal vor langer, langer Zeit, da lebte ein wunderschöner Zunftrad, der zugegeben sehr, sehr hübsch war. Da er so hübsch war, fiel es ihm leicht, alle Fräuleins von Gebsenstein für sich zu gewinnen. Er war am ganzen Halsberg bekannt. Das war einigen aber ein Dorn im Auge. So ergab es sich, dass ihm eines Tages eine Halsberghexe begegnete. Oh, sieh an, sieh an, der feine Herr Zunftrad. Hä? Wer bist du denn? Ich? Ich bin die kleine, zierliche, hübsche Halsberghexe. Ähm, das war sie vielleicht mal. Aber in den letzten Jahren hat sie vielleicht das Eintritt oder auch das Eintritt wohl zugenommen. Ich stell dich vor die Wahl. Entweder du hörst auf, deine Schönheit auszunutzen, oder... Oder was? Na, warte! Ach, wie ging das nochmal? Hokus pokus! Nein, Mist! Hoh, nein, nein, nein! Verdammt! Ah, ich glaub ich hab's! Schweinemist und... Och, nee! Ah, jetzt hab ich's! Schweinemist und Wieseltreck! Der Zunftrad wird zum Gästen Schneck! Was soll denn das jetzt? Du musst nicht für alle Ewigkeiten an Schneck bleiben. Alles, was du tun musst, ist eine Zuse finden, die dich so küsst, wie du jetzt bist. Das wird für ein Reiber, der mit dich doch kein Problem sein. Da dem Gärtschen Sachschen Eck keine andere Wahl blieb, machte er sich sofort auf die Suche, nach einer Zuse, die ihm von seinem Fluch erlösen könnte. Mittlerweile hatte sein Glück bei allen schönen Mädchen in allen Dörfern rund um den Heilsberg sein Glück versucht. Aber alle sagten immer nur, küssen verboten. Als er fast schon aufgehen wollte, wurde er schließlich doch noch fündig. Am Schneckengrund saß eine wunderhübsche Zuse. Doch eine zu finden, genügte nicht. Der Schneck überlegte, wie er denn nun die Zuse dazu bringen konnte, dass sie ihn küsste. Er sah ihr zu, wie sie mit ihrem Wesen spielte. Sie warf ihn in die Höhe und fing ihn wieder auf. Der Schneck beobachtete die Zuse. Er schlief sich ran und erschreckte sie. Buh! Die Zuse war todtraurig, weil ihr Wesen weg war. Nanu, wer bist du denn? Ich bin ein Gärtschen, sagt Schneck, und kann dir helfen, ein Bild aus dem Grund zu holen. Wow, das ist... Okay, hol mir meinen Wesen. Der Schneck war froh über die schnelle Einigung und machte sich sofort ans Werk. Die Zuse fragte sich jedoch, wie will denn dieser kleine Schneck diesen riesen Wesen aus dem Grund fischen? Mithilfe der Schafe gelang der Schneck rasch an ihren Wesen. Auf dem Rückweg freute er sich schon und sein Vergnütz. Amoreder Bach muss Narbe her. Doch die Zuse nahm nur ihren Wesen und rannte davon. Schnell war sie bei der Narrenpolizeikutsche angekommen, sprang hinein und fuhr mit ihrer Leitgarde davon. Der Schneck fühlte sich veralbert, konnte er doch die Zuse auf seinen schleimigen Bauch unmöglich so schnell einholen. Doch da ergab sich glücklicherweise eine unerwartete Mitfahrgelegenheit. Die Einholzer kamen gerade mit dem Narrenbaum aus dem Fall vorbei. Der Schneck sprang auf die Zweige des Narrenbaums und kam so rasch vorwärts. So konnte er schnell aufschließen. Leider nur bis zum Narrenbaumloch. Den restlichen Weg musste er zu Fuß zurücklegen. So machte er sich auf den Weg ins Braustüble. Er klingelte und der Zunftmeister machte ihm die Tür auf. Hä, wer bist du denn? Ich bin ein Gärtchen, sagt Schneck, und bin gekommen, um ihre Zuse zu sehen. Denn sie hat mir versprochen, mit mir in die Gottmaninger Fasne zu gehen. Stimmt das, was der Schneck da sagt? Ähm, im Prinzip stimmt das schon. Aber ich will nicht mit dem Schneck ins Dorf. Und warum? Weil... Der Zunftmeister erratte die Zuse. Sie solle langsam lernen, ihre Versprechen einzuhalten und sich nicht immer so kindisch aufzuführen. Wenn du ihm Schneck versprochen hast, mit ihm auf die Fasne zu gehen, dann musst du es auch halten. Da freute sich der Schneck. Doch diese überschwängliche Freude hatte die Zunftmeister auch nicht. Und er stellte klar... Na gut, du musst ihn ja nicht für immer und ewig behalten. Aber für einen Abend lang musst du mit ihm auf den Zunftfall gehen. Das ließ sich der Schneck nicht zweimal sein. Und er begann sofort die Freude des abends und vollen Stimmen zu genießen. Er tanzte überschwänglich mit der Zuse. Doch der wurde das zu wild. Sie rief ihre Leitgabe, die den Schneck in den Widerbach werfen sollte. Das hatte er Schneck nicht erwartet. Aber da kam ihm die kleine Heizberghexin wieder in den Sinn. Ey, du Schlaumeier! Hast du wieder nicht aufgepasst? Nur ein Kuss kann dich erlösen. Ach Mist! Noch etwas benebelt fasste er rasch einen neuen Plan zusammen. Er setzte sich seine Zuchtratzkappe auf und zog seine Schürze an. Die Zuse bemerkte den Schwinden nicht und lief sofort hin und kürzte den maskierten Schürz. Und sofort verwandelte sich dieser wieder in einen wunderschönen Zunftrat. Der Zunftrat war überglücklich endlich wieder erlöst zu sein. Die beiden gründeten die Gerschensackzunft und vermehrten sich. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann machen wir das noch heute. So, also das Grillmutter jetzt auch wieder umgedreht. Na ja. Aber jetzt müssen wir den Grill mal einteilen. Weil heutzutage, das moderne Grillen, das hat ja so Fachwörter wie Schmoke. Und wir haben ja auch eine Schmoking-Area. Die ist schwindend draußen, wenn man rausgeht für die Raucher. Na ja. Dann hätten wir eine Dine-Rack-Grill-Zone. Also auf Deutsch. Das ist da, wo es fühe am heißen Stich. Und meistens die Stegs als erstes verbrechen. Das wäre dann hier vorne direkt an der Bühne. Äh. Sie da, äh. Der, der Polizist aus Bietingen, können Sie mal kurz ausschlafen. Einmal im Kreis drehen, einmal im Kreis drehen. Äh. Nochmal. Nee, nee. Du hätt die Wurst mehr umgedreht. So. Okay. Aber. Was wär so ein Grill ohne Currywurst? Das geht ja gar nicht. Und, heja. Der Schröder-Gerd, der hat ja die Philosophie auch genau gesagt. Hört mal mal den Currywurstchen. Hört mal mal eine Flasche Bier, du Fauretzer. Das ist freig, hier meine ich mal damit. Äh. Der holt ja seine eigene Currywurstbude direkt vom Kanzleramt. Aber, ja, wobei, wenn mir das so recht überlegt, das ist ja schon der Fall. Weil, der ganz Bundestag ist ja eine Wurstbude, oder? Und, mit, äh, Angela Merkel, der Annegret Kramp-Karbräuer und der Reseller Claudia Roth. Naja, das sind denn die drei Damen vom Grill. Aber jetzt kommt's, wenn wir jetzt grad bei den drei Damen vom Grill sind, dahin ist ein nur drei Damen vom Grill. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Time for Teens und drei Damen zum Grill. Ich hab die Schürze um, ich dreh die Würste um, ich bin die Mona und steh am Grill. Ich hab die Schürze um, ich dreh die Würste um, ich hab Curry oder rote, wenn man will. Hey Mona, was geht? Ey, was machst du denn? Du arbeitest bei einem Grill. Das heißt einem Grill. Ein, einem, das ist doch egal. Der Google sagt eh, das ist eine unbestimmte Artikel. Also egal. Aber das ist eh eine Frage. Ist die Google ein Mann oder eine Frau? Na, wenn Google ein Mann wäre, würde er auf jede Frage nur mit Ja oder Nein antworten. Hey Leute, ich hab Würste und Tofu Burger auf dem Grill gelegt. Und jetzt müsst ihr alle ganz still sein. Ich hasse Grill, ich schwör. Aber warum soll ich still sein? Na, so wie Männer. Die stehen auch immer ganz still am Grill. Und warum stehen die immer ganz still am Grill? Ich glaub, die sind traurig, weil sie das Tier nicht selbst erlebt haben. Das kenn ich von meinem. Die schick ich im Frühjahr immer in den Garten. Und im Herbst, wenn es kalt wird, hol ich ihn dann wieder rein. Damit er im Sommer was zum Spielen hat, hab ich ihm einen Grill geschenkt. Ja, ist die ganze Zeit draußen, ne? Den Sommer über will ich ihn nicht im Haus haben. Da macht er nur Dreck. Und einmal die Woche darf er auch die Worte sagen, die ihn glücklich machen. Der Grill ist an. Mein Mann hat neulich zu mir gesagt, Schatz, ich mach dich zur glücklichsten Frau der ganzen Welt. Und was hast du geantwortet? Ich werd dich vermissen. Also wisst ihr, was ich ganz sicher nicht vermissen werd? Meine Schuhe. Die Dinger bringen mich nach oben. Änger, Männer sind sooo dumm. Man sagt nicht dummer Mann. Hä und warum nicht? Man sagt ja auch nicht tote Leiche. Also, ich finde Männer... Das passt nicht zusammen. Hä? Männer und finden passt nicht zusammen. Ich frage mich ja oft, wie Männer ganze Kontinente decken von unten. Meiner findet nicht mal die Butter im Kühlschrank. Also manchmal, ne? Da möchte ich echt einen Mann sagen. Voll krass, ne? Also, ich finde, Frauen, die wie Männer sein wollen, haben keinen Ehrgeiz. Und warum kann ein Mann nicht schön und intelligent zu der gleichen Zeit sein? Na, dann wär's ja ne Frau. Also, ihr zwei seid manchmal so dumm, ne? Ich bin nicht dumm. Ich hab's sogar Geige gelernt. Oh mein Gott, wie krass, Alter. Sie hat eine Geige gelernt. Voll schwer, ne? Schwer. Na, dann zeig mal. Hm, okay. Es ist gar nicht so einfach so vor Publikum. Aber okay. Ge, Ö, E, I, G, Ö. Und als nächstes lerne ich Klavier. Sag mal, warum redest du euch so einen Stoß? Weil ich es kann. Also, na, wo Gott die Männer geschafft hat, glaub ich, da war sie ganz sicher Stern-Hagel-Voll. Also, ich glaube, der perfekte Mann hat 80, 20, 40. Hä? Was soll das denn? 80 Jahre alt, 20 Millionen auf der Bank und 40 Grad Fieber. 1 Euro. 1 Euro. Also, ich weiß nicht. Sind Männer überhaupt irgendwas wert? Ja. 1 Euro. Wenn sie uns im Kaufhaus den Einkaufswagen schieben. Aber was macht eigentlich der Grin? Ach du meine Güte! Da brennt ja alles! Die Hütte brennt! Ey, was ist hier los? Krasse Scheiße! Kennst du mich noch? Ich bin der Harker! Ey, bin ich jetzt krass? Legal, illegal, scheissegal, der Chef von der Gopmardinge, Dönergebabhaus, Mafia, weißt du? Ey, mach ich alles, grille ich alles, oder? Ja, fragt euch sicher, was macht jetzt der Jockel da, weißt du? Ja, ich so. Der John, der Weber, weißt du? Der hat mich gefragt, hat er gesagt, er will die Schüte grillen. Hab ich gesagt, sag mal, hey, Weber John, bist du krank im Kopf? Hast du Coronavirus krass, oder? Wie soll das gehen, oder? Ey, weißt du, wie kriege ich diese Hütte hier voll konkret in Dönerspieße? Ist ja viel zu gross, oder? Er hat gesagt, hey, das ist dein Problem, oder? Ist das mein Problem, oder? Es könnte dein Problem sein, oder teils, oder? Aufpassen, gell? Auf jeden Fall habe ich mir Gedanken gemacht, wie kriege ich jetzt krass hier das Ding, wie kann ich grillen die Hütte, ja? Weißt du? Harka, nichts Blödinges, oder? War ja auf Erste Hilfsschule 2003, und so, weißt du? Ey, weißt du, krass, da bin ich auf krasse Semester gestoßen, und so, weißt du? Auf jeden Fall habe ich überlegt, wie kann ich das machen. Ich bin ganz schlau, da habe ich gesagt, boah, ich ring zum Halle, da, den Dönerspieße auf und lasse grillen, oder? Ich grill die Hütte, oder? Ja, aber, mal ganz ehrlich, Irgendeiner hier drin hat mein Dönermesser gestoßen. Ich habe kein Dönermesser, weißt du? Voll konkret nicht gut, weißt du? Weißt du mein Dönermesser, oder? Auch nicht. Ja, scheiße. Aber könnte ein Dönermesser sein, oder? Weißt du, wie Türke ohne Dönermesser ist wie Zunftrad ohne Zunftbier, oder? Auf jeden Fall muss ich jetzt, glaube ich, mal in der Bühne gucken, ist eh viel besser. Das sind voll die krasse arabischen Chicke, da kann ich schon ein bisschen mal gucken, oder? Also, ich wünsche euch jetzt viel Spass mit der Narrenpolizei, bei Tausend und eine Nacht, hey, guck mal, wo sind die Jeepers, hey? Kommt mit mir in ein Land voll vermaugner Magie, wo Kamele gemächlich gehen. Es ist bunt, es ist laut, scheinbar ist gar nicht vertraut, leicht chaotisch doch, hey, auch schön. Plötzlich dreht sich der Wind, und die Sonne verschwindet, es herrscht eine Zaubernacht. Folgt mir nach, kommt vorbei, feuert heppich, ist frei, und fliegt in die arabische Nacht. und fliegt in die Nacht. Und fliegt in die Nacht. Und fliegt in die Nacht. von der Tatsache mit dem deutschen Forscher durch den Antall hall. Und das macht die Muwe Kailund. Wir sind Geruch, in der Nacht Die Gitarra nach, sieben Zalabipa, sieben Zalabipa, sieben Zalabipa, sieben Zalabipa. Wie feine Frau auf der Burganach, so nah und doch so weit. Wie feine Frau auf der Burganach, sieben Zalabipa, sieben Zalabipa. Kennt ihr die Zuckerpuppe aus der Burganztruppe von der ganz marne Rocco Sprich? Die kleine süße Wiener mit der Tüdelgardiner vor der Babydollgesicht. Zulajika, Zulajika heißt die kleine Maus. Anweist die Zuckerpuppe aus der Burganztruppe und genau so sieht sie aus. Die Gitarra malen, sieben Zalabipa, sieben Zalabipa. Die Gitarra malen, sieben Zalabipa, sieben Zalabipa, sieben Zalabipa, sieben Zalabipa. Die Gitarra malen, sieben Zalabipa, sieben Zalabipa, sieben Zalabipa, sieben Zalabipa. Die Ehrung, sieben Zalabipa, sieben Zalabipa, sieben Zalabipa. Ja, nehmen wir mal ein Beispiel. Also man soll jetzt nicht gerade so Blöterlewasser vom Randecker in eine Mikrowelle hineinziehen und bei 800 Bad laufen lassen. Was passiert denn? Man macht es halt irgendwann bumm. Moment höchstens, gestern war der Clemens da und der hat mir gesagt, er ist gerade am entwickeln einer Flasche, die man da reinmachen kann. Wäre vielleicht gar nicht mal so dumm oder? Ja, auf jeden Fall sollen wir das jetzt halt nicht gerade machen. Ja, man sollte ja auch, wenn man ins Schwimmen kann, sollte man auch unbedingt Bad gehen, oder? Aber man kann auch schwimmen gehen, obwohl man gar nicht schwimmen will. Also sagen wir es mal so, man kann ins Schwimmbad gehen, schwimmt da unten, geht dann geduschen und dann kann man doch am Wasser sparen. Waren zumindest nicht so viele Leute. Ja, aber auf jeden Fall ist unser ganzes Leben mit solchen Sicherheitshinweisen gespricht. Und auch hier drinnen gibt es Sicherheitshinweise und dass alles glatt läuft. Und wie sowas aussehen kann und wie ihr euch hier drinnen in dem Notfall verhalten müsst, das zeigt euch jetzt die junge Wilde. Ich wünsche euch viel Spaß! Liebe Gäste, vielen Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen. Bevor es nun mit unserem feurigen Programm weitergeht, geben wir Ihnen zu Ihrer eigenen Sicherheit noch fünf wichtige Tipps mit auf den Weg. Das Los, diese Sicherheitstipps zu übermitteln, wurde von unseren jungen Wilden gezogen. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu den Sicherheits-Tipps. Ich bzw. wir, die jungen Wilden. Wo sind die jetzt schon wieder? Augenblick. Aufstellung! Wart ihr hier los? So ein Sauerhaufen! Ausrichten! Augen nach vorne! Gut, nachdem wir jetzt ja endlich alle da sind, können wir anfangen. Wo wart ihr denn von an? Um uns auf die heutige Vorstellung vorzubereiten, haben wir die Sicherheitstipps praktisch erprobt. Und dabei sind wir ganz intensiv auf Punkt 1 eingegangen, das Kennenlernen des Sitznachbarn. Okay, wenn ihr da so gut Bescheid wisst, könnt ihr es uns ja gerade mal zeigen. Alles klar, machen wir. Kennen Sie Ihren Sitznachbar schon? Nicht? Trinken Sie ihm sein Bier näher. Dann lernen Sie ihn kennen. Und zur Festigung dieses Tipps, singen wir nun gemeinsam und greifen zu den Flaschen und lesen. Ja. Danke. Das ist unsere Hausse! Aber falls das Kennenlernen mit Ihren Sitznachbar mal nicht wie geplant laufen sollte, finden Sie in der Mitte der Halle jeweils zu Ihrer linken und der rechten Seite die Flucht- und Rettungswege. Sollten Sie nicht so gut zu Fuß sein, finden Sie zu Ihrer linken Seite den barrierefreien Notausgang. Wichtig dabei, achten Sie immer darauf, ruhig und gemächlich den Ihnen am nächstgelegenen Notausgang zu erreichen. Ansonsten könnte es zu Zusammenstößen kommen. Ach, genau so. Okay, danke für die anschauliche Erklärung. Ab hier übernehme ich besser wieder. Zurück in die Reihe. Um Verletzungen dieser Art zu vermeiden, bitten wir Sie, jederzeit angemessene Kopfbedeckungen um gut sichtbare Kleidung zu tragen. Dafür haben wir etwas vorbereitet. Wenn Sie mal bitte alle unter Ihre Sitze schauen würden, dort finden Sie Warnwesten. Auch Sie, schauen Sie jetzt doch mal. Stopp, stopp, stopp. Es tut uns sehr heit, da gab es eine Änderung. Ich lese hier gerade, dass die Warnwesten aus Kostengründen nicht vorhanden sind, da die Gelder benötigt worden sind für den Schulneubau. Mit freundlichen Grüßen, Michael Klinger. Aber das macht jetzt auch nichts. Weil, so wie ich das sehe, sind Sie alle auffällig genug gekleidet, um im Notfall als hilfsbedürftig durchzugehen. Okay, dann halt keine Warnwesten. Aber das Wichtigste, habt ihr alle dabei, oder? Setzt die Helme auf! Denn der Kopf muss auch bei Schwindelanfällen der besonderen Art geschützt bleiben. Was ist denn hier los? Wo sind eure Helme? Ist doch jetzt fast nicht. Und da dachten wir, dass die Mütze Nahrkapp als fastnische Schutzausrüstung zählt. Oh Mann! Einmal mit Profis arbeiten! Also gut, lasst euch dieses eine Mal durchgehen. Aber dafür stellt ihr auch den nächsten Punkt vor. Wo waren wir nochmal? Ich hab nicht aufgepasst. Nein, Schema, ist doch klar. Beim Kennenlernen! Drei, zwei, eins, eins, Brot! Stopp, stopp, stopp! Hallo! Das hattet wir doch schon! Wir sind jetzt bei Punkt vier! Vier! Oh, bei vier schon. Äh, tut mir leid. Weißt du noch, was das war? Ich bin heute Morgen nur bis Punkt eins gekommen. War recht intensiv. Oh, jetzt sind wir den Ablauf schon seit acht Wochen und ihr habt ihn immer noch nicht drauf. Punkt vier war Atmung und Kondition. Ach so, das kriegen wir hin. Maestro, Musik bitte! Was wart ihr? Oh, frage! Nein... opsóg, wie wir zum contobatet haben... Jetzt wird man die Sache hier aber echt so bunt. Deswegen lehnt es nur wenige Tipps und keine Karneval. Halt, halt, Herr Truppleiter. Ja, Simon. Karneval. Das ist doch kein Karneval hier in Guckmanninge. Das ist Spaß nicht. Ihr Zweiter fühlt ihr euch in der Lage, euch wieder in die Reihe einzufinden. Gut. So, wo waren wir jetzt wieder hier? Hey, es waren sieben Minuten und 25 Sekunden abgemacht. Ihr seid jetzt schon bei acht ein halb. Das bringt unsere Zeitplanung völlig durcheinander. So war das nicht... Halt, stopp! Also, das darf ja jetzt wohl nicht wahr sein. Jetzt haben wir nur noch einen einzigen klitzekleinen Tipp. Und den dürfen wir jetzt nicht mal mehr vortragen. Ja, also gut. Dann geht es euch etwas länger. Was ist denn nur dieser letzte Tipp? Ist denn der so wichtig? Ah, also jetzt... Das ist... Ne. Mir wird es jetzt echt zu bunt hier. Also, ich gehe jetzt schon mal über zur Brandbekämpfung. Alle. Danke, Niki, für die wundervolle Überleitung zur Brandbekämpfung. Jetzt kommt eine wichtige Information. Der Brandbekämpfung liegt zugrunde Trinken in geselliger Runde. Wer das Wasser zwischen schafft, hat auch morgen wieder Kraft. Hä? Was soll jetzt das heißen? Das heißt, wenn man zwischen der Sauferei Wasser trinkt, hat man am nächsten Morgen keinen Brand. Ist doch logisch. Und um das ein bisschen zu festigen, greifen wir jetzt alle mal zu den Sprudelgläsern. Auch zu den Sprudelgläsern. Nicht zu meinem Glas. Ich sehe das ganz genau. Ich glaube, euch hackt's. Warum macht ihr denn jetzt ein Feuer auf der Bühne? Ja. Er hat doch was von Brandbekämpfung gesagt. Da muss man doch erst mal ein Feuer machen. Seid ihr jetzt vollkommen verrückt. Sonst macht ihr nie, aber wirklich nie, was man euch sagt. Mit Brandbekämpfung war kein Feuer gemeint. So, das war's jetzt aber. Alle runter von der Bühne, bevor die noch komplett abfackelt. Die brauchen wir schließlich noch für den restlichen Abend. Liebes Publikum, ich entschuldige mich für die nachfolgende Verzögerung, die durch Reparaturarbeiten an unserer Bühne entsteht. Ich hoffe, Sie beherzigen die fünf Sicherheitstipps und genießen den restlichen Abend. Viel Spaß wünschen Ihnen noch die jungen Mädel. Hä? Was? Sssst. Was denn? Du bist doch noch gar nicht dran, du Segel. Ja und? Runter jetzt von der Bühne. Hä? Was machst du denn? Ja, dann mach ich schon. Ich? Ich mach nichts. Ja, wenn nichts machen, kannst du auch noch hinter der Bühne nichts machen. Nein, jetzt hab ich denke, ich könnte auch mal da oben nichts machen. Wink halt mal nichts. Hä? Wink halt mal nichts. Du weißt, wenn du nichts machst, machst du nichts verkehrt. Und das kann ja am besten. Ja, ist ja alles gut und schön. Ja, du bist ja jetzt noch gar nicht dran. Wink halt mal nichts. Ja, aber wenn ich nichts mache, dann bin ich auch dran, wenn ich nicht da bin. Und kann von dem her nichts machen, auch wenn ich dran bin und mache nichts. Und was du jetzt gerade machst, ist auch nichts. Verdammt. Die gucke ich da weg, komm schon. Ah ja, die haben da nichts zum tun sonst. Also, und was macht ihr jetzt? Nichts. Na gut. Das können wir gut, oder? Ah, super. Ja, sie können nichts. Sie sollen nicht da etwas machen, oder? Nein. Sie sollen nicht da etwas machen, oder? Und sie können da etwas machen. Jetzt fangt das wieder an. Was könnt ihr die machen? Weiß es. Warte mal, mal gucken, ob jemand darauf reagiert. Okay. War nicht so gedacht, aber... Das war jetzt mal nix, gell? Das war jetzt mal gar nix. Also, wir machen es euch mal vor, was ihr nichts machen solltet. Also, das ist schon... Also, herzlichen Dank, also, guck, ich mach. Warte mal, möchtest du das können die? Hä? Warte, komm mal, möchtest du das bringen die tatsächlich an? Wenn du jetzt nicht immer nichts sagst, dann wäre das... Ich zeig's mal nix, aber da bringen würde das sowieso gut. Also, lasst ihr jetzt mal übrigens nichts machen. Zwo, drei, vier. Zwo, drei, vier. Auf geht's, jetzt ist es wieder so weit. Auf geht's, jetzt ist Spassnachszeit. Kommt, zauber, morgen ist es jünger, was ein bisschen liebt. Hopp, wie heute da. Dann sagen wir, möchtest du lieber, oder was ist denn lieber? Hopp, wie heute da. Schau mir in die Augen rein, du bist der ganze kleine Hopp, wie heute da. Radium, 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 das wird dann klar. Dank, Bruder, gell? Ja, das ist Pause. Sehr gut, Pause. So. Ah, ist das schön. Einfach mal nix tun, gell? Einfach mal... Oh, das ist jetzt aber gut. Du, äh, Sammy, kannst du mal Luft steuern? So, und du stehst jetzt auch gerade noch mal Luft. Ja, dich drehen wir jetzt gerade noch mal um, dass ich da abrenne. Und jetzt, jetzt, jetzt pass auf, jetzt tut der Senf, also der gibt jetzt seinen Senf zu der Wurst, oder? Passt das, oder? Gut, jetzt könnt ihr euch da auch nicht hochgehen. Jetzt hab ich meinen Senf heute zugegeben. So, also, aber, haja, hätte eigentlich irgendjemand mal den, den Dönerfuzi da geseh, ne? Den Hakan? Hat keiner geseh, ne? Hätt ihm so vielleicht mal sagen, dass ihm draußen die ganze Dönerspieße verbrennen, oder? Naja, mir kann's ja egal sein. Hauptsache, mein Vielgut brennt nicht da, oder? Naja, aber, mal was anderes. Das mit den Dönerbudden hier, jetzt, guck mal, Dinge. Na, du, das nimmt aber Fangen auch überhand. An jeder Ecke, siehst du das Ding, oder siehst du, Dönerbudden. Die sprießen langsam aus dem Boden wie Pilz. Naja, es würd mich jetzt nicht noch wundern, wenn der Selbeck am Bahnhof oben irgendwann auch mal noch Döner anbietet hätte. Naja. Jetzt hab ich den Hänger. Auf jeden Fall, das nimmt den Fangen auch überhand. Aber, äh, Entschuldigung, ist vielleicht jemand vom WKD da? Aber, weil, mir ist zu Ohren gekommen, der, der gerade momentan ein wenig so zu Guttmaringen hausieren. Und wenn der jetzt hier wär, ich glaub, das wär jetzt nicht so gut, weil, wir haben da ein wenig ein tierisches Problem da hinter der Bühne. Aber, wisst ihr da wahr, was das für Tierle sind, das sehen wir jetzt gleich selber. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der nächsten Nummer, mit der Barbara und dem Markus. Viel Spaß. Was die Schüler in ihrer Vesperdose so alles liegt in Land. Und, ha, mir soll's recht sehen. Jesus Gott, Jesus Gott, du, da, da eine Zeitung stört, die werden unsere Behausung abreißen. Und, ha, das geht doch nicht, das kannst du nicht bringen. Er ist rechtlich, doch ein Gott mal Dinge. Die Schule da? Ja. Die ist doch quasi neuwertig. Klar. Geht's eigentlich noch, oder? Ja. Dann machen die mit unserem Geld, die verprassen das, das ist ja unglaublich. Sauerei. Und jetzt? Ja, die Stimme da. Hey, weil schau des. Du, da rennt ja der fast nachts Mäntig um den Zug. Was soll auch des jetzt da? Ja, das ist mal sehr. Und jetzt? Ist doch gut. Hä? Ja, lass ihn doch. Ja, aber. Ja, aber wahr. Die können doch jetzt mal da oben und dann rennen, oder? Hast du nicht aufpassen? Die machen doch einen neuen Umzugsweg. Ach so? Und überall haben sie das Griesgub gemacht und du. Und ich weiß nicht richtig. Ich glaub ich nicht einmal. Oh, mein Gott. Jetzt guck doch da. Jetzt rennt es ja schon drinnen die Straße ab. Hä? Ha, ey, du, dann könnte man ja mal bei dem Kinamann in die Gucke, oder? Beim Kinamann bist du wahnsinnig. Hey, also da landet doch alles im Topf, was ich schnell genug auf dem Baum misch, du. Nein, nein, du, das lassen wir lieber. Ist nix für uns. So, na denn. Dann geh ich jetzt mal zur Thai-Massage. Mal ein bisschen Wellen essen. Nein, Massage. Wellen essen. Hey. Das ist eigentlich erst mal eine Idee. Jetzt guck doch da. Wachs. Happy. Happy. Das ist bestimmt Massage, Wellness. Und so Beauty. Das ist genau das für mich. Ah, dann gucken wir mal, was das wird. Das war richtig gut, die Massage. Das hält gut, du. Ich fühle mich wie ganz neu. Das war echt klasse. Schön. Happy. Happy Wachs. Wer macht sowas? Das ist ja so welles. Happy Wachs. Hey, jetzt hören wir doch mit Jammer, der Mensch. Weiter geht's. Du, aber in der Sparkasse, da brauchen wir auch in die Lurke, was? Da geht's auch nicht weh. Denn du musst sogar noch was bringen. Also das ist nicht... Apropos Kriege. Also ich glaube, ich kann jetzt mal in den Kranz und gucke, ob ich da eine schöne große Portion höre und für sie laut kriege. Da hätte jetzt gar nicht so ein Hümerle. Tja, ja. Und ich, ich stehe jetzt mal in das Reisebüro von der Großgad, wird mir da mal so eine Fernreise. Das wäre doch mal was so. Ah, schön in der Sonne liegen und ein wenig bräunele. Das wäre mal was für mich. Also das gucke ich mir jetzt mal an. Äh, wie? Hat er für sie lautisch ausverkauft? Ah, schon wieder. Ich hätte da ein wenig Hunger gehabt. Also, sowas. Jetzt stammt er vor dem Reisebüro, so möchte gern Kretas. Und wenn mir was erzählen von Flugscham, Reisescham, Nachhaltigkeit, statt in Schulgorn was zu lernen. Ja. Und ein Jahr, wenn sie neues Handy und zum Schüler austauscht, kann sie auf Australien. Hat das denn nur die Räte, oder? Ja, guck jetzt, da ist das Umzug wieder. Das heißt, das ist der heutige Umzug. Oh, die Gottmalinger Kerstesäck, ist das jetzt schön. Mach schon was her, gell. Ach, guck mal, so ein schönes Bild. Du, da vorne läuft der Eumel, dann kommen die Narre-Eltern, dann die Narre-Polizei und dann den Vorstand mit dem Wurst-Sipfel. Wurst-Sipfel! Weißt du, ich hätte das schon eigentlich immer lernen. Das ist ja bloß der Kapper von dem Aufruf. Ja, ja. Nichts mit Essen, ne? Nein, kann man nicht essen. Ach, guck mal, die Schumpf-Dreiheb, die kommen da auch schon. Jetzt sind wir ja schon da beim Altenpflegeheim. Ich glaube, da biegen die meisten schon links ab, gell. Das Eiser dazu hinten ist schon fast. Ja, ja, ja. Und die Zudel, die sind auch schon ganz schwerig, du. Da, die gehen alle ins Pfarrhaus. Da sei jetzt so ein Junge, ein Hübscher, sagen sie. Sogar mit Doktortitel. Oh, ja, du. Sag mal, ist eigentlich Charlotte auch dabei? Was ist das? Oder hat sie einen Hausarrest, nachdem den Wald dort das Auto zusammengeleitet hat? Ja, ja, das ist, glaub ich, nicht so gut gekommen, gell. Aber du, mit dem, mit dem Kirche und so und Pfarrhaus, das ist, glaub ich, auch nix für uns. Weil wir wissen, wie es dann in die Kirche mühs geht, und dann geht es durch Ratten im Pfarrhaus sicher nicht besser. Ja, wieder. Oh, nix. Oh, nix. Ja, aber was ist denn so? Hey, ja, jetzt stellen die zu Arme, wird schon was finden, oder? Ja, aber. Wow. Hey, sag mal, was ist auch das für ein Wahnsinnsprachtbau, und nicht mit der Sonne? Ist doch klar. Ein jeder Präsi braucht seinen Palast. Und der da unten, der ist ein bisschen mehrmals Präsi. Ja, nur einmal. Ah. Aber, der uns ist das, glaub ich, auch nix wert, weil, bei so einer Putzfirma, ich glaub, da ist der Kammerjäger dann auch nicht weit. Also, das lassen wir auch lieber da. Nein. 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 Aber, aber, und vor allem vor Hanniger. Nein, 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 vor dem war Hanniger, vor dem war Hanniger. Ja, wir werden schon noch was finden. Ja, wo, hey, gibt's noch ein Plätzchen für? Ja, ist gut, Götter. Die Eichel der Falle. Hä? Das ist doch, weil, schön, sagen wir mal, schön, die Eichel der Falle. Hä? Das ist ja noch ein Plätzchen für uns, so. Was? Und in der Umkleide da hat es bestimmt noch ein paar Restchen umeinander gefahren. Für uns. Und, äh, dann sind da unten, die Ringer sind ja auch noch da, oder? Äh, aber bei den Müffeln jetzt doch im Wasser. Uuuuh. Äh, gut, ich meine, so viel Testosteron auf einem Haufen, da wirst du nicht wundern, oder? Ja. Aber das, jetzt ehrlich, wie ist doch an? Hä? Hey! Hey, was ist Lolo? Wow! Hey, da geht's, oder? Party, da ist eine liebe Party! In der Sonneweg! Wow! Hey, hoch auf! Loverback, auf geht's! Let's dance! Hey, du angestochen Hörfüttle! Geht's eigentlich noch, oder? Wie geht's gerade? Let's dance und so'n scheiße! Jetzt sagst du was, so langsam ist jetzt meistens lustig, ja? Weil, so langsam krieg ich Hunger. Und ich sag's dir, wenn ich Hunger krieg, dann wär ich U-Light. Und ich sag's dir, wenn ich U-Light, ja? Dann wär ich kräftig. Und ich sag's dir, wenn ich kräftig wär, und zwar so richtig kräftig, dann wär ich lud. Und ich sag's dir, wenn ich mal so richtig lud wär, dann hast du kein Freund mehr an mir! Ist das klar? Ja, 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 cool langsam, hey! Dreh ich gleich noch? Oh, Mann! Du, aber der Hanne, der liegt noch als Bretzli vom Dreikönigskonzert. Das muss man lange, auf! Äh, besser wie nünn, so. So ist? Ja, er damit. Jetzt schaut euch um, ihr liebe Leute, ist diese Eichedorf Hall nicht a wahre Freund. Ja, Mann, Prominenz war hier schon zu Gast, oft wurde die Hütte gerockt, dir fiel nichts zu Last. Du hast zwar so ein gewisser morbide Charme, doch wenn ich an deine Zukunft denk, schlägt's mir auf den Darm, ein Eugle, ein Tränle mir im Auge druckt, ich seh die Welt, ein wenig entdruckt. Ja, du ängle Perl im Hegau, sollst du Wohnraum weiche? Ja, ich könnte grad an der Wand an die Seiche. mit dem Gelaber ist jetzt Schluss. Ich sag, dass du jetzt aufhörn musst, weil, ich sag's jetzt da und will nicht foppen, was war, Mädchen? Ich hätt jetzt grad ein Glush zum Puppen! Hahahaha! Jetzt muss ich erst mal nur gucken, ob wir die Ratte in den Grill herfressen haben. Es scheint, es scheint alles drauf zu sehen, gell? Also, die schönste Zeit im Jahr, das ist ja der Urlaub, gell? Ja, ich zum Beispiel, ich mach gern Urlaub im Norden, in Friesland, in Hamburg, und das letzte Mal, wo wir da in Friesland-Lob an dem Ems gestanden sind, an dem Ems-Sperrwerk, ja, da hätt sie grad so einen großen Pott überführt von der Meierwerft, so ein Kreuzfahrtschiff. Ja, und dann ist mir so die Idee gekommen, sag mal, das wär doch eigentlich was für der Unne. Ja, ich dachte, ha, was könnte man denn da machen? Ha, ist doch ganz einfach. Jetzt kommen wir an, bauen das Sperrwerk an den Biber und am Riederbach rauf und dann, was machen wir denn? Das ist ganz einfach. Dann erklären wir jetzt, Gottmatinge, endlich mal zur Hansestadt. Ja, die haben mir das genau durchgeplant und genau so muss es auch sein. Also, wenn denn die großen Pötte, die Kreuzfahrtschiffe, da die in den Riederbach rauf fahren, dann kommen sie zuerst im Tal an und, ja, da bietet sich der Schuppe vom Capua an, weil da kommt dann die neue Schiffsbegrüßungsanlage hin. Und für jedes Schiff, wo da einläuft in den Gottmatinge, wird dann Bier und die Stabspendier. Ja, das ist eine bessere Sache, oder? Ja, und wenn die dann weiterfahren, so Richtung Hebelschulplatz, haben wir überlegt, da können wir denn eigentlich das neue Überseequartier machen für die Kreuzfahrtschiffe, wo dann die Passagiere ein- und ausstiegen können. Ja, und, naja, mein, Gottmatinge hat ja schon alle Hand zum Bieten, also, und, wenn man denn so Richtung Anneliese-Bilgerplatz hochgeht, da hätten sie jetzt den neuen Klinkerbau angestellt, das sieht ja schon so aus, wie die HafenCity, da känt denn die an, oder? Und, dann fahrt man mit dem Schiff weiter, Riederbach aufwärts, Richtung Hilzinge, ja, was fehlt denn da in Gottmatinge? Ja, da fehlt so, Elb hat vielleicht auch noch nie, wie in Hamburg, das fehlt in Gottmatinge auch. in der Zeit sagt, da kommen wir an, reißen die Fahrkantine ab, und bauen eine Riederbach-Philharmonie. Ja, äh, gut, der Bürgermeister heute ist nicht da, aber, der hat mir gestern schon gesagt, also, Bauzeit ist sowieso scheißegal, und die Kosten, äh, und die brauchen wir nicht, schwänzen, oder? Wird schon irgendwann fertig. Gut, dann hätten wir das Problem auch schon mal, und wenn man dann weiterfährt, noch ein Stück weiter, so Richtung Kleintierzüchter, ja, da können wir dann theoretisch den neuen Container haben, hochmodern bauen, weil, guck mal, die hat ja riesige Güter zum Umschlagen. Gut, Firma Fahr gibt's nicht mehr, aber man könnte vielleicht ein neues Produkt weltweit vermarkten. Was könnte man denn da nähen? Ha, die Gerste-Säcke, die hätte doch so ein Zumpfbier, das könnte man denn in die ganze Welt exportieren, von dort aus. Aber, jetzt habe ich genug, da habe ich geschwätzt und träumt. Wie sowas aussenden könnte, das zeigt euch jetzt die Nächste, wo da kommen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der G-Town-Büble und Schifffahrern. Meine sehr verehrten Herren und sehr verehrten Damen, wie Sie alle in den öffentlichen Medien nehmen konnten, ist unser weltweit bekannter und allseits beliebter Reiseveranstalter Thomas Koch leider nicht mehr liquide und musste daher per se Insolvenz anmelden. Doch glücklicherweise konnten wir als Nachfolger für die allseits beliebte Rio Grande Tour per Schiff unseren allseits beliebten Reiseveranstalter Growe gewinnen. Zur Information am Rande, meine allseits sehr beliebten Damen und allseits sehr beliebten Herren, aus Marketinggründen wird hier der Riederbach Rio Grande genannt. Da uns die Reisenden jedoch zu keiner Auskunft gewillt waren, konnten wir direkt vor Ort im Schiff, die beiden allseits beliebten Starköchen des Schiffs, Alfons Schubeck und Christian Racht, für eine Flasche Bordeaux überzeugen, uns Rede und Antwort zu stehen. Doch nun sehen Sie selbst Vorhang auf. Wir sind jetzt hier in der Kombüse angelangt bei unseren beiden Starköchen. Alfons Schubeck, es freut mich, ich darf doch sicher Alfons zu dir sagen. Natürlich nicht. Schubeck heiße ich. Schubeck. Alles klar. Alfons. Schubeck. Alfons, was macht denn gerade die Lage, was macht denn gerade für deine allseits beliebten Gäste den Reiz aus, anstelle am Rio Grande, am Rio Widerbach eine Kreuzfahrt zu starten? Ja, also zum einen liebe ich natürlich die deutsche Küche über alles und zum anderen muss ich mit ansehen, wie diese von Dorf zu Dorf und von Stadt zu Stadt immer mehr verkümmert. Und gerade da möchte ich ein bisschen frischen Wind reinbringen. Wenn ich nur an Gottmanigens Küchen denke, die bleiben sonntags kalt, weil alles bis auf ein paar Dönerstadl geschlossen hat. Und wenn sie ganz viel Glück haben, kriegt sie vielleicht noch von ihrem Lieblingsmafiosi, also Italiener. Ein Mafiat hat ja so eine Pizza geliefert. Tequila. Christian, ach, ich darf doch bestimmt Christian zu dir sagen. Natürlich nicht. Alles klar, Christian. Wie siehst du denn die Lage? Ich sehe die Lage nicht ganz so kritisch wie Alfons. Und immerhin gibt es am 1. Mai von 8 bis 9 Uhr selbstgekläte Gummiadler vom Kleinbiersuchtverein. Sie wurden früher nicht einmal vom weltbekannten Wiener Wald in Singen übertroffen. Außerdem gibt es beim jährlichen Mai-Baum-Stellen der Mai-Baum-Freunde die leckeren Grillwürste. Wenn ich nur daran denke, leuchtet mir das Wasser in Munde zusammen. Das nenne ich deutsche Kochkunstpaar Excellence. Vanessa, meine Liebe, was ist hier los? Es ist der Sonntag und mal wieder gibt es in die ganze Gottsmaningen nichts zu essen. Katastrophe. Grande Katastrophe. Bellissima. Jetzt stehen wir hier vor der Sonne und müssen mal wieder mit leerem Magen von Dinamme ziehen. Ja, mein süßer Friseur, da hast du natürlich recht. Das wäre doch auch mal ein gutes Thema für den Bürgermeisterwahlkampf dieses Jahr. Wirtschaftsförderung wird ansonsten hier doch auch groß geschrieben. Und nun sollten mal die Wirtschaften am Sonntag gefördert werden. Si, Vanessa, da hast du recht. Aber, Principessa, pass auf. Ich habe eine Idee, wo wir vielleicht etwas zu essen bekommen. Ich habe uns gewucht eine Luxuskreuzfahrt auf dem Rio Grande, dem Grande Riederbach. Dort werden die Sauna-Club-Partys von 1969 wieder ins Leben gerufen. Ja, perfekt, Mathieu. Dachte ich mir doch gleich, dass du dich an die Zeiten gut erinnern kannst. Entschuldigung, ich konnte das gerade eben mithören. Im Bordrestaurat werden Sie leider nichts zu essen finden. Denn dieses muss sich auch an die Gottmöniger Gesetze halten, wenn das Schiff sonntags durch G-Town fährt. Auch hier müssen die Teller leider leer bleiben. Aber am besten schauen Sie mal direkt in der Kombüse nach. Vielleicht finden Sie da etwas zu essen. Alfons. Schubeck. Alfons. Schubeck, sag ich doch. Alfons. Schubeck. Du bist ja Sporternährungsexperte und Mannschaftskoch vom allseits beliebten FC Bayern München. So schaut's aus, Freine. Was empfiehlst du unserem Gottmöniger Markus Bacher, der ebenso wie du Mannschaftskoch und Sporternährungsexperte von unserem allseits beliebten SC Gobi ist? Ja, also grundsätzlich finde ich die Küche vom Bacher Markus recht ordentlich. Doch sollt er versuchen, hier und da die Fritteuse ein bisschen mit frischen Zutaten wie zum Beispiel einen frischen Ingwer auszutauschen. Weil der tut auch der Mutti gut, wenn es der Vati essen tut. Außerdem ist er einer der wenigen Gastwirte in Gopmalingen, der auch am Sonntag im Höhenfreibad seine unerreichbare Currywurst mit Pommes und Wurstsalat nach Schweizer Art für unsere Gäste aus dem Nachbarland anbietet. Anscheinend haben in der Schweiz am Sonntag auch alle Wirtschaften zu. Aha! Also bekommt unser Höhenfreibad-Gastronom heute auch sein Fett weg. Vanessa, meine Liebe, sieh nur die schöne hohe Gebäude in die ganze Gottmalingen, die Skyline von Cheat Town. Dahinten ist sogar die grande Sudhausturm, früher von der berühmten Wildertrauerei. Die haben damals sogar die berühmte und allseits beliebte Lufthansa, ich meine natürlich Lufthansa, mit dem Bier versorgt. Ach, was waren das doch für goldene Zeiten hier im Dorf. Dazu hatten wir doch ein paar mehr Brauereien. Doch wie hießen die noch mal? Jetzt seid ihr gefordert. Sonne, Mond, Sterne. Ja, Herr Meister, die Zeiten haben sich sehr geändert. Aber zum Glück wird in die Gottmalingen weiterhin ein hervorragendes Bier getraut. Von niemand geringere als von unserer heimischen Narizunft in die Gottmalingen. Diese nicht umsonst für ihre jährliche Bieranstich nicht nur in die ganze Hegauland dafür beliebt. Auch ich freue mich jedes Jahr darauf, dort meine geliebten Wurstspezialitäten zu vernaschen, wenn du verstehst, was ich meine. Alphons und Christian. Ah, Schubeck, sag ich doch. Herr Schubeck. Also, was haltet ihr beiden eigentlich von den lokalen Einkaufsmöglichkeiten hier im allseits beliebten Gottmalingen? Ja, also grundsätzlich gibt es hier einen Sauhaufen an Supermärkten und Discounter. Aber die interessieren mich eigentlich gar nicht. Weil da kriegt sie eigentlich nur den billigen Scheißdreck aus dem Plisterpack. Die sind eher für unsere Schweizer Nachbarn für die Helveten interessant. Also, wenn ich eine richtig frische, gute, feine Pasta haben will, eine richtig gute, feine Nudel, dann gehe ich zu meinem Spätzl nach Wurrbach zum Prütsch-Armin. Und wenn ich dann einen richtig guten Tropfen Weiner zuholen möchte, dann gehe ich zum edelsten, aller edlen Getränkevertriebe in Cietan, also in Gottmaningen, zu meinem Spätzl, zum Bata Vanya Schorsch, also zur Firma Halsberg Getränke. Der ist zwar hier und da ein bisschen teurer, aber das ist mir das Beratung zum Einkaufserngebnis auf jeden Fall wert. Ich möchte mal mit den Worten von meinem Spätzl vom Fleischmann Klimax ausdrücken Think Local, Drink Global. Tequila! Und was haltet ihr beiden von den Freizeitmöglichkeiten hier im Ort beziehungsweise von den neuen Attraktionen des vergangenen Jahres? Wo soll ich da bloß anfangen? Hier gibt es wirklich alles um allseits glücklich zu sein. Eine nagelneue Bahn Unterführung die mit ihren Disco Lichtern die Anwohner nicht mehr strafen lässt. Ist das etwa der neue Ableger vom Top Ted im Zingen oder was? Außerdem ein frisch renoviertes Schwimmbad. Für eine halbe Stunde schwimmen lasse sich ein halbes Vermögen gegen im Hotel Heilsberg reicht dies aber nur für die ein oder andere Stunde. Ja, das Hotel Heilsberg. Da habe ich mir letztes Jahr nach dem Gerstensack-Konzert einen von den Baywatch-Narren-Polizisten aufgerissen. Das war vielleicht eine haurige Nummer. Ich habe gehört, da hat sich im Saal so mancher über die zu starke Schambehaarung beschwert. Mir hat das auf jeden Fall keine Sorgen bereitet. Ich habe einfach Matteo angerufen. Sie Vanessa, das weiß ich noch ganz genau. Ich bin gekommen und danach bin ich ins Hotel Heilsberg gefahren und habe geschnitten die Spitzen. Aber nur die Spitzen. So wie immer. Aber Matteo, weil wir uns so vorhin über die heimischen Weinhänder unterhalten haben, kannst du dich noch an den Besuch auf dem Gottmardinger Weihnachtsmarkt erinnern? Si Vanessa Principessa Parrucciere, das konnte ich überhaupt gar nicht verstehen. Ansonsten bekomme ich in die Gottmardingen in der Winothek ihm nur die besten Tropfen ausgeschenkt. Und da habe ich mich gefühlt wie beim Vollfest beim Weinmeier, äh beim Weinfest beim Vollmeier, wo es auch nur den Abfall vom letzten Jahr zu trinken gibt. Du sagst es Matteo, ein paar Glühweinstände mehr wären wirklich in Ordnung. Und vor allem, warum gibt es einen Weihnachtsmarkt immer nur am Sonntag zumindest ein ganzes Wochenende wäre doch wirklich in Ordnung. Wirtschaftsförderung sollte also doch nicht nur am Sonntag gefördert werden, Herr Schleicher. Aber was machen wir uns jetzt eigentlich zu Essen heute? Hier gibt es ja anscheinend auch nichts Richtiges. Aber ich meine, wenn wir schon hier an Bord sind, dann genießen wir doch wenigstens die Schifffahrt und singen ein Lied darüber. Am Samstag aus Nacht flücht' ich aufs Schiff mit großem Hunger und dann begebe mich in meine Kajüte und leg mich schnell hin damit ich am Sonntag zum Essen ausgeschlafen bin mein lieb Schiff Vor 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 Schiff Vor Wo 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 Schiff Vor 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 Weil hier am Bord ist Einzigste wo man nur was essen kann In der Früh bin wieder Erste der Wasser Dampf mal steht Weil in Wok mal Dinge nix zum Essen geht Oben auf dem Dampf Schwarz ist die Stimmst und Zau gesengt Weil so ein Not Döf beginnt in Valentina und in Schneck bei Liebe Schiff von 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 Schiff von oh oh Schiff von 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 Weil hier am Bord ist Einzigste wo man doch was essen kann Und wenn die Durst hab und wenn die Hunger Dann hab wir alles und Glück in mir vereint Ich steh der Kutter schau oben ins Dorf Hier gibt's was zu essen Hier will die da und will nur Schiff 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 wo man auch was essen kann. Zypto und unsere Stadt am Halsberg, hier sind wir daheim. Der Bus im Süden, Vulkan im Norden, so wird es immer sein. In deinen Straßen, auf deinen Playgrounds, in deinen Kneipen wurden wir groß. Wir kommen immer wieder zurück nach Chi-Town, wir kommen immer wieder zurück nach Chi-Town. Wir kommen immer wieder zurück nach Chi-Town. Oh, 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 willkommen in Maria Zollowit, nach Zietraum. Oh, 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 oh. Musik 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 Zwieg' ich mir in den Himmel hinein, mein Name, ich trage dich ein. Zwieg' ich mir in den Himmel hinein, mein Name, ich trage dich ein. Zwieg' ich mir in den Himmel hinein, mein Name, ich trage dich ein. So, wenn wir das Grillgut wieder mal umdrehen, damit das anhocken tut, oder? Ihr fragt euch jetzt sicher, warum hat der Grillmeister jetzt der Hannes und den grauen Kübel dabei? Das ist ganz einfach. Also, ist der Walter Benz da? Bitte, ja heute nicht, aber gestern war er da. So viel kann ich verraten. Auf jeden Fall hat das mit dem Kübel ein Bewandtnis. Das ist nämlich so. Also, unsere Müllmänner sind ja meistens ganz früh am Morgen unterwegs. Meistens denn, wenn andere noch schlafen. Zumindest meistens, eben. Aber ich war sitte, weil der Walter Benz an dem Morgen träumt hat, wo er im Bett ging. Weil normalerweise tut man den Kübel am Morgen Feuer, wo sie stillt, oder? Auf jeden Fall war der so schön am Träumen und am Schlafen. Und das Mal spricht, oder? Charlotte, Charlotte, der Kübel! Jetzt ist Gott, der Kübel! Und fort war er. Charlotte hat gar nicht gewusst, was jetzt los ist. Die will von der Tarantin geschlagen, war der weg. Aber was er dann gebracht hat, Walter, ich glaube, das ist das neue Fitnessprogramm vom VDK. Jetzt hat er den Kübel geschnappt, ist ja an die Strasse vorgerannt. Wo er dort angekommen ist, hat er halt bloß noch die Rücklichter von dem Müllauto in die Friedhofsstraße abbiegen sollen. Aber Marillen, jetzt hat er sich gedacht. Jetzt hat er den Kübel geschnappt und hat ihn hinter sich hergezogen. Über die Friedhofsstraße, der Steiner Weg auf ihn, dort der Grund, bis abbie wieder an Steiner Weg. Und da hat er sich den Kettimüll abgefuhrt. Ganz außer Kräfte ist er da angekommen und sagt, mein Kübel, nehmen wir doch meinen Kübel mit. Der ist voll bis oben auch nicht. Ja, und Walter, was hast du da drüber gelernt? Ein Fazit musst du lernen, dass ich so einen leeren Kübel besser ziehen lasse mich in vollen. Ja, auf jeden Fall möchte ich nochmal Danke sagen an meine zugeressene Quelle, die mir das so kurz vor knapp nochmal gesteckt hat, was da so im Dorf passiert. Ja, aber jetzt machen wir weiter. Jetzt haben wir genug da, haben wir schießt weg, schwätzt, was los war. Weil jetzt kommen ein paar, also die sind wieder auf Welcome Back Tour quer durchs Land. Die hätten es jetzt heute Morgen extra den wahnsinnsweiten Weg auf sich genommen, vor Bietingen bis daher nach Guttmarlingen. Ich darf vorstelle, hier kommt die Bietinger-Gabe mit der Hexe. Viel Spaß! Applaus Ich darf vorstelle, hier kommt die Bietinger-Gabe mit der Hexe. Ich darf vorstelle, hier kommt die Bietinger-Gabe mit der Hexe. Ich darf vorstelle, hier kommt die Bietinger-Gabe mit der Hexe. Applaus 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 Also, letztes Jahr, um die Auszeit, werden der Hinweis kommen, meine Damen und Herren, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um etwa eine Dreiviertelstunde. Ja, gut, äh, hätt's euch bisher eigentlich gefallen? Applaus Das freut uns, ja, jetzt haben wir den ganzen Abend, sag ich jetzt mal, politisiert, über CO2 gesprochen, können wir gerade weitermachen, weil da fehlt nur ein Thema, der Selbstvolksbegehren, wo die Landwirte da im Land verbreiten mit ihren grünen Kreuzen und was weiß ich alles und Bienen sterben und düngen dürfen sie nicht mehr so, wie sie wollen. Ja, die haben es halt heute auch nicht mehr so leicht, oder? Ja, ich mein, früher, da hast du das Scheißdreck einfach so aufs Feld geworfen. Ja, jetzt darfst du das nicht mehr, oder? Ja, da brauchst du ja schier gar einen Doktor. Ja, da haben wir eigentlich einen Doktor, oder? Wo ist der Doktor? Ah, da, Herr Graf? Äh, wer hat das jetzt nicht auch noch so einen Job für Sie, Gülle ausführen? Weil, äh, also, Punkt 1, im Scheißdreck-Schwärze sind sie ja auch immer gut und im Scheißdreck-Schwärze sind sie ja auch immer gut und im Scheißdreck auch. Also, wer das doch eigentlich... Sie könnten doch morgen mal beim Rüde oben in Edmringer anrufen, vielleicht hätte er ja noch einen Platz für Sie als Mischdorf. Ja, wer weiß. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall haben sie die Bauern nicht leicht. Und wenn sie den Edgrad mit dem größten Traktor von hier unten in Berlin aufgefahren und dann noch so, sage ich mal, 20 Spritfüllungen Dieselverkarrt, her und demonstrieren gerade in Berlin, und dann sind sie auf der Suche. Und zwar auf der Suche nach einer Frau. Ja, was soll so eine Frau können? Misten, melken, gut aussämen? Ja, die haben es halt nicht leicht, oder? Also müssen sie auch hohe Ansprüche stellen. Aber da, da sind jetzt auch zwei, zwei Buren, die, die doch die hohen Ansprüche haben. Aber jetzt schaut doch einfach selber, was ich euch da erzähle. Ich wünsche euch jetzt viel Spass mit dem Matthias und dem Edi und so ist es gewesen. Also, ein Hitze heute, du halsch im Kopf in die Hausse, wirst du einen Schattenplätzchen suchen. Häuschen machen, da. Das glaube ich jetzt nicht, oder? Ja. Liegt der da an und lässt sich die Sonne auf den Pelzbretten, das ist ja unglaublich. Sag mal, was hast du da für ein Heftchen? Ich, eine Apotheke umschau. Ha, bravo für Rentner. Guck, die habe ich auch. Ja, was hast du mit denen? Da hat es doch immer Kreuzworträtsel drin. Ja, kann man da was gewinnen? Klar. Moment. Mal schauen, wo sind wir es? Oh, guck, da. Gewinnen Sie eine Darmspiegelung für zwei Personen in einem Krankenhaus Ihrer Wahl. Reden wir mal mit, das ist gut. Wir zwei im Krankenhaus, das wäre es doch. Ja, apropos Darm. Sag mal, was hat eigentlich der Doktor letztes Woche zu einem den Schiss gesagt? Ja, das hätte kommen müssen. Aber er hat gesagt, ich soll immer wieder ein wenig weniger Alkohol trinken. Nur ein Bier bevor ich ins Bett ging. Oh je. Und? Klappt das? Klar, gestern bin ich neunmal ins Bett gegangen. Aber, du warst ja auch beim Arzt. Wo ist denn da rausgekommen? Oh je. Du, zum gucken, ob es besser wird, hat er gemeint, soll ich den Alkohol mal ganz weglassen. Aber nicht mit mir. Mein Vorschlag war, dass ich mal ein wenig mehr trinke, zum gucken, ob es dann schlechter wird. Gute Idee. Los, jetzt mache ich mal ein Kreuzworträtsel. Komm, vielleicht gewinnen wir ja auch etwas. Gute Idee. Da oben fangen wir mal an. Guck. Rinderdiebstahl mit O. Oh. Was ist das? Oxford. Oxford. Oh, da. Weinsorte am Fusse des Hohentwil. Puh, keine Ahnung, man trinkt etwas Bier. Das ist doch ganz klar, das ist Glühwein. Du willst ja nicht gehen. Passt. Du, sag mal. Erwartet dich eigentlich nochmal noch? Nachwuchs. Müer Nachwuchs? Nicht, dass ich wüsste. Ha. Wo ich beim Doktor war, da ist die Akte von deiner Frau auf dem Tisch gelegen. Den Doktor hat geschminkt ausgemüssen und dann habe ich halt... Was, 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 was? Hast du doch in die Akte von deiner Frau in die Guckt, oder was? Hala, Ergebnis der Urinprobe. Schwanger. Was? Ja. Ach so, nein. Wir haben doch bloß ein wenig Geld sparen wollen. Hä? Was hat jetzt das mit Sparen zu tun? Das ist ganz einfach. Die Urinprobe, die war doch von unserer Kuh Berta. Beim Tierarzt, da zahlst du immer so Geld. Beim Doktor Graf, da geht das auf Krankenschein. Aber, hast du doch gewusst, dass die Ärzte ihre Patienten jetzt auch noch mal miteinander aufrufen dürfen? Hä? Wegen? Mit dem Datenschutz. Datenschutz? Ja. Es heißt jetzt bloß noch, als nächstes bitte der Herr mit den Potenzproblemen. Gott sei Dank, ob ihr was tun, schießt. Also, wir müssen weitergehen. Ja. Bürgermeister auf Englisch, mit zehn Buchstaben. Man hätte mir ein wenig besser in der Schule gepasst, aber... Hmm. Burger King. Und das ist gepasst. Uh. Oh. Stopp. Du, aber. Sag mal. Was ist denn eigentlich los? Wieso bist denn du so unlustig? Ja, aber was? Hä? Ich habe mich gestern bei meiner Urologin so etwas verblamiert. Du, da kann ich nicht mehr an dich. Nein. Du hast dich bei deiner Urologin blamiert. Ja. Hä? Die haben dich garantiert schon hundertmal nackig gesehen. Trotzdem. Ey. Die kriegt sogar Geld dafür, dass sie dich nackig angucken mag. Jetzt hör auf du. Du bist jetzt aber auch ein Hilf. Ja. Da kann ich nicht mehr an dich. Was war denn? Hau. Zu dieser Untersuchung habe ich mich nackig ausziehen müssen. Ja. Dann steht die da, guckt mich an und sagt, ho ho ho, haben wir uns heute fein gemacht? Ho ho ho, haben wir uns heute fein gemacht? Ja, die hat gedacht, ist die noch ganz sauber. Was will jetzt die von mir? Du, ich rede anschliessend in den Stahl, soll ich bitte gehen? Ich bin zuerst nochmal rum, habe alles nochmal gemacht wie am Morgen früh. Ich bin aufgestanden wie immer, habe geduscht, habe mich abgetrocknet wie immer. Was? Ich habe den ja genommen, weil ich gewusst habe, dass ich zu der Urologin war, habe ich von der Frau halt so Intim-Spray da unten angesprungen. Und dann ist mir das aufgefallen. Und was? Ich habe es Intim-Spray mit dem Glitzerspray für die Fasnet verwechselt. Eieiei. So, aber ey, was kommt dabei raus, wenn der Bauer seine Bäuerin wird? Das ist doch ganz klar, ein kleines Bäuerchen. Ja, und was kommt dabei raus, wenn ein Ökobauer seine Bäuerin wird? Nichts, beim Ökobauer wird doch gespritzt. Aber, ich war so sehr bitter, gestanden, mein Neff war wieder an der Losladung. Die heutige Jugend ist schon, glaube ich, der Fussell, guck, ey, wir haben die Viecher noch versorgt. Dann sage ich zu ihm, du, wachst du wahr, ich gehe jetzt noch in und lege mich noch auf die faue Herd. Dann sage ich doch, der zu mir, brauchst du gar nicht in, ich gehe jetzt gerade zum Friseur. Was? Oh, glaube ich, du. Aber, komm. Hey, schon wieder ein, das nächste, du. Stadtrat auf Englisch, weißt du das? Citybike, passt? Ja, tipptopp. Du, willst du nachher eigentlich, äh, was willst du da trinken, nachher, mit lieber Wasser oder Bier? Will ich träge ich da da mit Dorst? Sag mal. Hey, Herr Stechum, du stehst du ja gerade, du, so wie letzte Woche auf der Beerdigung von der Frau Nachbarn, du, da hast du dich auch ganz schön feindlich benommen, du. Ich? Ja, ja. Wegen? Ja, ja, schluss, hör, alle werfen Blumen ins Grab. Nur du, du darfst zwei Frikadellen. Ja, Frikadellen waren ja wie ein Leitgewicht. Ja, meinst du vielleicht, dass sie die noch essen kann? Glaubst du vielleicht, dass sie die Blumen noch in die Baustelle kann? Aber was trugst du denn da alle so umeinander? Oh, Mann, du, ey, heute ist mein Tag, du, heute treibt überhaupt nichts, das ist furchtbar. Und heute Morgen, ich gang ins Bad, dreh deine Hand auf, Burke, heute ein Trübel in der Hand. Ab, dreh deine Hand auf, Burke, nächste Trübel in der Hand, das Glaubst du, zieh das Heft an, dritte Knopf von oben, ab, das Glaubst du. Gang ab, ich hab die Haustür in die Zeitung, holen, Türclinking, ab. Und jetzt träum ich mir den ganzen Tag schon immer zum Pinkfinger. Hey, 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 aber komm, jetzt haben wir das Kreuzwort, weil jetzt nicht geht, jetzt fehlt bloß noch. Ah, ein Bauer, der seine Schafe schlägt. Okay, der erste Buchstabe ist ein N, was ist ja das. Mähdrescher. Stilgelegtes Freudenhaus. Auspuff. Jetzt komm, schenken wir mal ein Bier rein, das ist ja eine trockene Luft, da oben, da, da, eh. Bist du sicher? Ja, warst du gestern, hast du so besoffen, bist du wie Wallerrock. Und? Bier ist gesund, das spült nieder und macht einen hellen Urin. Da hast du mal recht. Und man kann sogar ein Pinkfingerkrankheiten feststellen, das glaubst du nicht. Wirklich? Ja. Im Bauernkurier ist gestanden, du sollst am Morgen früh zum Pinkfinger rausgehen. Hast du dann um den Ring rum ein paar Ameisen? Hast du Zucker. Und du, dass Handklettern am Abschütteln weh? Hast du eine Rose? Und wenn du dann innen kommst und dann hängt er noch aus der Hose? Ein Kreuzheimer. Aber siehst, ich habe doch gesagt, Bier ist gesund. Aber hast du eigentlich schon gesehen, auf der neuen Bierflasche, da ist überall schon ein Gesundheitshinweis drauf. Aber guck, da steht zum Beispiel, Achtung, Alkohol lässt ihre Alte jünger aussehen. Ist schon der Hammer. Doch. Saufen kann zu unkontrolliertem Sexualverhalten und Erblindung am Morgen danach führen. Oh, ey. Na ja, komm. Na ja. Du hast doch eigentlich ein Lieblingsbier. Klar, ein offenes. Das war ja. Aber kennst du den Unterschied zwischen Wasser und Bier? Wasser und Bier. Das musst du mal hören. Komm mal Wasser, guck mal. Komm mal. So, jetzt machen wir es mit dem Bier. Jawohl. Jawohl. 1, 2, 3, 4. Da, 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 da. Und ich hab bloß noch ein Paar feststehen und unwahrscheinlich Durst. Die werd'k 북みたい. naz. Oder, da, 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 da. Ich bin immer so ganz nah, ich habe sie gesehen und ich hab mir gedacht, die Piste wird es super und wenn es kommt die ganze Nacht. Und ich das Glück auch, ich bin schon wieder leer wie zu. Und 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 ich bin schon wieder leer wie zu. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4.